SEGA Hallo und willkommen zu einem weiteren Part der Sonic Armature Games Exports 2018 zu Sonic Infinity! Yeah! Ich muss entern. Oh, ich darf jetzt mit... Ja, Controller-Spielen gefällt mir. Story. Sonic? Ne, halt, wir sind cool, ne? Wir sind richtig cool. Na dann, let's go! Ja, machen wir's mal. Also, ich musste wieder die VM benutzen, weil... Ja... Ja, warum musst du die VM nochmal benutzen? Ja, weil's... Ja, dieses Spiel ist... Ich bin nicht gestorben! Nein! 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 Das ist nicht passiert! Nein! Das ist es nicht passiert, oder? So... Ich bin nicht passiert, oder? Na dann! Das haben wir hier! Ich geh schnell! na dann da lang und ja irgendwie kapierst nicht so ganz ich kapiere nur im jahr abstürzen ich bin zu dumm ich bin ein lappen ich bin ein lappen ey ich glaube ich bin nicht ganz für controller ausgelegt ich merke ich sollte das ändern schnell ganz schnell so hier bin ich wieder und ja jetzt muss ich das noch mal machen mit controller diesmal wirklich als natur kann vergessen moment ich will es mal ausprobieren geht halbwegs aber macht auch null sinn nach gott auch gott ne ich lebe und kommen wir wieder raus hier ja hier geht es übrigens zum rauskommen na dann und wie geht es weiter ich kapier es ne ich kapier es wirklich nicht ich habe es können die entwickler doch mal erzählen ne ja moment da war was soll ich nochmal angucken soll ich nochmal angucken soll ich nochmal angucken so ähm ja ja den zug nehmen wir einfach mal der führt mich ja bestimmt zum ziel ne äh äh wo ist der going wo ist der wo ist der going ne das will ich nicht wissen wo ist der going vielleicht kann es doch nicht sagen wo der ist na dann na dann schauen wir mal wo der ist hier kann man hoch und jetzt hier und und kommt der zug noch oder ich kapiere es nicht ich kapiere es nicht wirklich was hier gibt es hier ein going und wenn ja wo ist der haut mal raus ihr dürft mir gerne in den kommentaren helfen weil absolut ich bin jetzt hier echt total am ende mit meinem latein ich weiß gar nicht wie es weiter geht ich habe absolut gar keine ahnung no shit ich bin verwirrt letzte börne also ja meine meinung zu dem also interessante demo aber ich kapiere es nicht also wo ist der going ähm warte fack und natürlich beste frage warum es dann eigentlich verrecken erkläre es uns naja ist auch egal auf jeden fall ich hoffe es euch gefallen ja ich muss wieder jetzt wieder diese virtuelle maschine machen ansonsten kriege ich sie nicht zum laufen und ja bis dann im nächsten part wieder bis dahin und einmal mit Kontroll